Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Husten. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Hustet, hustete, hat gehustet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich huste, du hustest, er hustet, wir husten, ihr hustet, sie husten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hustete, du hustetest, er hustete, wir husteten, ihr hustetet, sie husteten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gehustet. Du hast gehustet. Er hat gehustet. Wir haben gehustet. Ihr habt gehustet. Sie haben gehustet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich huste. Du hustest. Er huste. Wir husten. Ihr hustet. Sie husten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hustete. Du hustetest. Er hustete. Wir husteten. Ihr hustetet. Sie husteten. Den Schluss macht der Imperativ. Huste du. Husten wir. Hustet ihr. Husten sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb husten. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zsepp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Ich meinst auf den Wir lesen. Untertitelung des ZDF, 2020